Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chikas da draußen Der Skyland ist am Start, genauso wie eine keine Runde Let's play The Wolf Among Us Wir sind letztens Stingeblieben, als wir herausfinden wollten Wer das geheimnisvolle Mädchen ist Und deswegen drücken wir jetzt auf Play direkt Episode 1, coming soon So, damit wir zurück Am Stüssel Snow White, äh Snow hier ist am Machen hier Und wir schauen uns mal so ein bisschen um Wir haben hier eine wunderschöne Wunderlampe Ja, man weiß ja, der Genie wurde befreit Und nachdem ist es eigentlich nur eine normale Lampe Ja, nee, funktioniert leider nicht Wir haben sonst so weit Das können wir uns jetzt einfach so nehmen Ich glaube, dass wir das gezogen haben Was das wohl sagen will Gucken wir noch ein bisschen hier rum Ja, haben wir nichts mehr, was wir anklicken könnten Wir müssen ja eigentlich alles mal vom Spiel mitnehmen, ne? Es gilt auch zu gucken, wo hier was Interessantes noch sein könnte Dadurch aber, dass hier nichts anderes noch ist Hallöchen Na, müssen wir ja rasieren, wa? Hey, Magic Mirror I got a question You know the rule I don't have time for this shit Your impatience is callow You're needlessly cruel But have some respect for our history rules Mirror, mirror If you're able Tell me all about this fable See? Was that so hard? Yeah, I'm about two seconds away from kicking a hole in you There's no need for that There's no need for that Of which fable do you wish to know? Woodsman Show me the Woodsman Where is he? What you see is complete The Woodsman stumbles down a street No shit, which street? I'm sorry, Bigby I can only show you what can be seen That's with Buffkin Show me Buffkin Hey, put down the bottle and get to work Still looking Snow Show me Snow White Not much of a request She's in this very room I don't know her name Not yet anyway Well, until you do I can't help you Done Nobody right now Very well Please return should you wish to ask about someone else Or someone new Well, I'm sure we'll get it all cleared up Okay Thank you So, die Bücher sind da Dann wollen wir mal schauen, ob wir sie nicht jetzt eigentlich Ach so, ich hab nur da aufgeguckt Ob wir sie nicht endlich mal finden Na, wo seid's denn? Da Fangen wir mal bei der ersten Seite an Ah, great What? I can't read any of this shit I can help Yeah, thanks We look out for each other Don't offer to it What's that? It reads Mark of the house of the frog prince Not quite who I'm looking for Bevor wir da weiterschauen Bevor wir jetzt das richtige Buch haben Will ich jetzt mal wissen, was das jetzt hier ist We'll start with these Any information on Fables in our community Will be somewhere in these books Hm, ich Ich bin ziemlich sicher, dass das ich mich sein soll Ja, Dwarves Was ich gesagt habe, desto besser Alter, wie Die sehen voll gruselig aus, ey Weisler Die können sich leiden Hier haben wir die schöne Und hier haben wir das Biest Wir haben hier die drei kleinen Schweine Colin und seine Brüder Also Die kenne ich jetzt Gar nicht Frau, Mann, Esel Keine Ahnung Diese Geschichte kenne ich noch Ichabod Crane Scared, shitless What's that? Dein Boss Its finest Moment Ich verstehe, wie er Vielleicht Man weiß es nicht Gut Was haben wir hier? Ah, das ist Toad hier Ja, und was ist das hier? Ich habe schon gesehen Ich habe's gesehen Ich habe das schon gesehen Ich habe es gesehen Hier auf dem Mann Das ist Das ist oder Schönen Das ist Das ist der Der ömblemer Das ist Das ist Angetast Das ist Wenn die hier haben wir auch Und und Ich habe es Everything Ich habe es Das hat mir bereits. Und das ist das Mädel. Hey, was war das denn jetzt? Daher werden wir jetzt mal ein bisschen was anderes durchgehen. Das sieht man familiar. Ja, aus den Axten des Waldmanns. Eine Druid-Blessung, eigentlich. Werden Sie das Ding besitzen? Ich habe es nur Translate. Bavkin, Translate. Hm, ein Exquisite Design von der Good China von Toad Hall. Herr Toad? Er hat wahrscheinlich geschrieben das in ihm selbst. Das ist derjenige. Wo ist das Symbol? Was ist die Geschichte? Das ist ein bisschen verrückt. Das Name der Familie? Al-Ler-Lai-Rau? Ich gehe es nachschauen. Alle Lairo. Das bedeutet jeder Art von Deutschland. Scheiße! Ja! Was heißt das? Dunkei-Skinn-Gerl, auch als Dunkei-Skinn, auch als Ass-Skinn, hat sie lieber mit dem Namen Faith. Poetisch? Buffkin, wir brauchen keinen Kommentar. Die Geschichte des Dunkei-Skinn. Es war damals ein großer König mit einer wunderschönen Königin. Die Königin blieblich und hat ihre Frau promise zu only marry die schönste Frau in der Königin. Nach einer langen Suche, es wurde klar, dass die einzige Frau in der Lande, die matcht ihr Beauty war... ...his daughter, Faith. Oh, shit. Sie hatte eine Magik-Kloak, made von der Haut von der Vater's Dunkei, das würde die Schönheit her Beauty so sie könnte escape das Königin. Eventually, sie married ein Prinz who could see past die Magik-Kloak und knew ihre true Beauty. und sie lebten happily ever after. Should I mark it, Miss Snow? Yes. Please. And what's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than we... Her name was Faith. Yeah. We should talk to the husband. You think he did it? With this sort of thing, it's usually the person who knew them best. Or it's someone completely random. What's her name? What's it saying about that? It says... Bricklebit in an older Elvis-Hand. Was ist Bricklebit? Eine magische Worte. Was macht es? Es macht den Inseln verdammt Gold. Gut. Dann lassen wir es dabei. Aber wir haben ja einen neuen Namen. Zwei neue Namen, um genau zu sein. Das ist mir, 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 bla, bla, Abel, bla, bla, bla about this fable. Of which fable do you wish to know? Faith. Das hat sie auch die ganze Zeit gesagt. Show me, Faith's father. The old king. Oh. Also nur für die Leute, die es nicht so ganz verstanden haben, was da gerade gesagt worden ist. Und zwar, ähm, ist der König, äh, hat eine wunderschöne Frau gehabt und, ähm, die Frau ist krank geworden. Und, äh, und, äh, nachdem sie krank geworden ist, hat sie, äh, wollte sie von ihrem Mann versprochen haben, dass sie sich die hübscheste Frau raussucht. Und das ist die hübscheste Frau war ihre eigene Tochter. Die hat sich dann, so wie ich das verstanden habe, in einen Esel verwandelt oder in einen Esel verkleidet, um hässlich auszusehen. Und der Fluch konnte halt nur, ja, von einem anderen Prinzen gebrochen werden. Und das war Prinz Lorenz. Er ist ein Prinz, ich denke. Show mir Prinz Lorenz. Er ist ein Prinz, ich denke. Er ist ein Prinz, ich denke. Ja, das muss ich jetzt machen. Komm, wir gehen da. Ah, shit. Entschuldigung, ich muss das holen. Hallo, Woodland's Business Offi- Ja? Ich... Er ist... Hold on. Bigby. Es ist für dich. Bigby! Es ist mir, Toad. You there? What do you want? Bigby! Shit! Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... Oh, wait, hang on. What was that about? Hard to say. Something going on over at Toad's place. What about Faith's husband? I don't know, I couldn't really tell. But he could be in trouble. And we should go there anyway, to search her apartment. Toad might have to wait. Whenever you're ready. Good. and not today, me... Toad might have to wait. Toad might have to wait. Toad might have to wait. Toad might have to wait for once. Did Toad say who was there? Was it the woodsman?